Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich habe es hier die ganze Zeit schon zu Hause aus verfolgen lassen, aber das ist normal oder was? Das ist Mobbing, das ist Stalking, das ist Mobbing und das ist Stalking. Jetzt mal ein kurzes Statement als Reels, weil es da nicht gelöscht ist und zwar Bitte, bitte helf mir einfach dieses IGTV von dieser Herzjagd zu teilen und zwar ich habe mich gegen diese Menschen geschützt, mich und meine Kinder und habe eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Das war mal wieder Bonn, auch wieder hier, fantastischer Auftritt, viel Spaß gehabt und wir sehen uns hoffentlich sehr, sehr bald wieder. Bis bald! Musik 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 itus